Die örtlichen Tunnel, die südlichen Tunnel. Sind beide verschlossen. Und können so nicht geknackt werden. Hier ist einfach die Tür auf. Du heiße dich mal lieber selber. Und ja, bevor ich bei Brau eindringe. Ein bisschen Schutz. Ja, ein bisschen Schutz hilft. Hi. Komm, hol mal einen, hol den. So wirf ein Feuerball. Okay, da ruft einer Monster. Oh, oh, der Blitz, der ist böse. Aber er springt zum Glück, wohin er will. Ich bin schon zurecht, Stutzen. Was immer wir wünschen. Hm, nicht doch ganz okay. Bo sagt, ihr habt ihr? Dieter, morf. Du kannst gerade nicht zaubern, gell? Ja. Ja. Weil du gerade Stille auf dir hast. Dieter, morf. Ich hoffe, wir unerkannt. Auf geht's. Ja. Wenn ihr es wollt. So, was haben wir da so? Jeder, jede Menge Zeug. Wisst ihr, was ich nehme? Nur die wertvollen Sachen diesmal mit. Also die Armbrüste und die Kettenhemden. Wobei ich solche Munitionen ja eigentlich ganz gut verstauen kann. Das ist wieder ein Gegengiftgang. So ist es besser. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Also die Dauerunterkünfte sind zum Glück nicht groß. Und scheinbar hat irgendeiner von denen das, was ich brauche, dabei. Ach, wie praktisch. Wer hat da einen Trank getrunken? Ich bin schon erledigt. Hier kommt man näher ran. Noch ein Trank. Ja gut, wir kriegen wieder ordentlich Tränke. Das heißt, ganz ehrlich, Mun-Pombs. Was möchtet ihr? Okay. 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 alles kein problem haben wir genug platz und ja ich bin irgendwie lud gierig muss ich zugeben und ich habe viel zu viele von diesen eitring das ist ein schlüssel schlüssel der wache diesen schwarzen blutverkürzelten schlüssel habt ihr bei der leiche des wind wolken sei gefunden erhöht das bewegung des trägers plus zwei kann einmal täglich verbessert hast du träger wird nicht so toll das hält sich aber wahrscheinlich aufzuheben und in unsere kiste zu packen inzwischen an einem anderen ort eure antwort wird meiner herren überhaupt nicht gefallen meister bern oder antwort mit meiner herren überhaupt nicht gefallen es ist mich zu bedrohen hier in meinem eigenen reich das ist doch wohl senni wird mit jedem tag der verstreit stärker senni ihr wisst worauf das hinauslaufen wird verschwindet und sagt eurem meister dass ich weiß wer meine wahren verbündeten sind nun gut euer schicksal ist damit besiegelt sender euer schicksal und das schicksal eurer rasse meister jetzt die dunkel elfen oder die palmen gut vergeb mir herren ein eindringling hat die unterirdische anlage betreten die wachbosten melden sich nicht mehr kriecherische made ich kann meine zeit nicht mit solch kleinen störungen vertrödeln bringt die sklaven in die nördlichen tunnel und lasst meine schubstiere in den südlichen tunnel frei das sollte diesem eindringling den chaos machen ok ich habe also die wahl nämlich zwischen durch sklaven oder durch irgendwelche bösen haustiere zu kämpfen gucken wir erst mal bei den sklaven rein hat das die schüssel aufgebraucht nein nein ok hi was seid ihr denn dero berserker und deros meine klinge wird euch schon zu recht stürzen werden wir die vorherrschaft erlangen bauersklaven zerstört den eindringer oder eure herren wird euch auspeitschen lassen bis um bis ihr um euren tod bettelt das finde ich übrigens fragwürdig dass die mit was sind die sklaven ausgerüstet mit noch mehr hübschem zeug ok wer das ist klar warum seid ihr nicht schon längst tot kämpfen fähigst weiter ok 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 warum sind sie nicht gefallen die herren wird euch alle an die kinder der spinnenkönigin Wow! Hilfe! Wenn ich der Gruppe weiter spreche, frei heraus! Level Up für Winski! Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Hm, euer Wunsch ist mein Begehr. Der mir das unendlich viel spawnt. Die Italische ist klar, aber ich werde sie selber töten. Okay! Die Natur nimmt das Leben, das sie gab... Wenn ich der Gruppe... Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay! Ihr könnt euch auf mich verlassen! Los, spuck es aus! Was? Nächstes... Keine Hilfe! Ja... Frag nur... Äh... Dom der Vergeltung. Aura des Flammetodes, bitte! Warte! Ja... Ist was los? Ja, ganz ehrlich, kriege ich den da nicht tot? Ja, alles so... Was kann ich tun? Das ist da hinten aber auch ätzend, ey. Oh, Keldon ist tot. Mäh. Gut, was erwartet uns in dem Gebiet? Weil die Sklaven, sie sind nicht schwierig, hier sind nur verdammt viele. Oh, die blinker Teufel. Okay. Weitig zu erwarten, dass es Spinnen sind. Ja. Verstanden. Ja. Ihr würdet doch wohl schon ein paar Dinge erstellen. Das wird alles viel stärker schlafen als nicht. Ihr habt es überweilt. Verwischen und Augenhaut. Erwischt. Gut, dran. Gut, dran. Gut, dran. Au.